So Christoph, hast du schon mal den Traktor gefahren? Den Traktor ist auch gefahren, ja. Und so einen? So einen noch nie, nein. Noch nie? Nein. Also, wir üben es dann auch. Darum habe ich dir hier einen Parkour gestellt. Du fährst im Start an, gehst weiter, machst ein Slalom mit dem Tracker, dann gehst du um den Bock dort rum und machst das Slalom wieder zurück und dann hier wieder die Startlöcher durch. Gut. Kannst du es checken? Ja. Okay. Ich würde es mir gerne wünschen, dass Christoph noch etwas mehr quirlig ist und lustig ist, so wie ich, der etwas mehr den Gang voraus kann. Sympathisch, geduldig, hilfsbereit und offen für alles reicht einfach nicht. Er ist momentan noch im Neutron, aber jetzt kannst du mal starten. Gut. Also bevor wir losgefahren sind, war ich schon natürlich etwas nervös. Rückwärts gegangen. Das heisst so? Und ab. Genau. Los geht's. Bringst du mich dann nicht um, gell? Es gibt einen Punktabzug, wenn irgendetwas überfahrst, gell? Punktabzug. Punktabzug. Dieser Mann steuert jeden Tag einen riesigen Kehrricht-Lkw durch enge Dorfkerngassen. Das hier ist ein Tanz für ihn. Unser Schweiss geboten. So mache ich dich nervös, oder was? Mach der Traktor dich nervös? Nein. Nein. Ich dachte, wie gesagt, das muss ich fest halten. Ja, eben. Ich will nicht sterben. Da, hallo? Ach. Ach. So. Und jetzt geradeaus, 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 geradeaus. Nein. Und jetzt. Vorstück. Sorry. Achtung, vorstück. Man hat am Anfang normal gefahren. Dann habe ich gedacht, ja, probier's noch mal ein bisschen mehr. Cynthia wollte mehr Fun. Jetzt bekommt sie mehr Fun. Stopp! Ja, es hat einfach gedöckert, verdammt, als er ein bisschen mehr Gas gab. Und dann dachte ich, uh, könnte es sein, dass er vielleicht mal kippt, weil ein bisschen Haarschar vom Kurven kommt. Stopp! Gut. Überlebt. Gut. Huff! Ich lebe noch. Hey, Anton. Hahaha. Aber das hast du gut gemacht. Wirklich. Tipptopp. Christoph kann man sicher bei mir ein bisschen punkten. So wie bei dieser Fahrstunde war es so recht locker, unter das auch humorvoll. Und dann hat er auch schon mal einen Punkt von mir bekommen. Das hast du wirklich gut gemacht. Super. Tipptopp. Aber vom Gefühl her, vom Fahren her, nicht schlecht. Das war gut, muss ich sagen. Gell? Gell? Aber Teamwork. Gell? Nicht toll ein andermal. Gell? Drei? Ich habe auch schon mit den Tättern. Gell? Ja. Drei, ich habe nur von Tättern. Du bist gerade mit der Tättern. Vielen Dank.